Applaus Liebe Zuschauer, erinnern wir uns, nach 1968 haben die Linken in Deutschland den Kapitalismus aufs Schärfste kritisiert. Zu einer Zeit in den 70er Jahren des steigenden Wohlstands, also für die meisten, also eigentlich noch ganz okay war. Jetzt, wo der Kapitalismus wirklich seine Krallen zeigt, fehlen die Konzepte, nichts außer Sprüche aus dem Kaufhaus. Ding Dong, zur Kasse bitte, 31,25 zur Kasse bitte, also ich muss sagen, nichts dagegen. Ich bin sogar dafür, aber Frau Schicke-Danz an der Kasse, das sehe ich nicht. Was kosten die Kondome, Madeleine? Vielleicht kam die Krise für alle zu plötzlich. Fragen wir nun den Fachmann der Finanzen, in allen Instanzen, ich möchte sagen, ist der Peter Zweigart des Kabaretts. Hier ist Volker Bisbos, herzlich willkommen. Danke. Jürgen. Die Idee mit dem zur Kasse bitten ist ja nicht falsch. Die Frage ist ja immer nur, ob man abhebt oder einzahlt. Wollte ich gerade sagen. Volker Bisbos, der Rat ist dir, mein steinreicher Freund. Danke, danke. Wo der immer alles her weiß. Meine Damen und Herren, das große Drama der Wirtschafts- und Finanzkrise ist ja, dass das alles so aus heiterem Himmel gekommen ist. So über Nacht und plötzlich. Vor einem Jahr um diese Zeit, da hatten wir doch einen Aufschwung. Wissen Sie noch, vor einem Jahr in dieser Zeit, da faselte Peer Steilbrink mit seinen Steuerschätzern von einem ausgeglichenen Staatshaushalt 2008. Die Wirtschaftsexperten versprachen die Vollbeschäftigung in absehbarer Zeit. Wirtschaftsexperten, was Blöderes finden Sie ja in keinem Tierpark. Natürlich, natürlich war das für keinen Menschen vorherzusehen, dass diese Riesenschuldenblase, der wir die ganzen Aufschwünge der letzten 25 Jahre verdanken, eines Tages wirklich platzen würde. Wenn Sie in einem Auto ohne Bremsen eine Passstraße hinunterrasen, da kommen Sie ja auch nicht auf die Idee, dass Sie irgendwann mal in Schwierigkeiten geraten könnten. Nein, Sie freuen sich, dass Sie so prima vorankommen. Und wir sind ja vorankommen, es ging ja nicht mehr bergab, es ging doch immer nur bergauf. Das ist ja das Tolle am Kapitalismus, der kennt nur eine Richtung, immer bergauf. Denn der Kapitalismus, der lebt von zwei Säulen, Wachstum und Produktivität. Das sind die beiden Säulen unserer Religion. Ja, sicher, denn Wachstum muss sein, wir brauchen Beschäftigung durch Wachstum, heißt es immer wieder. Wir brauchen jedes Jahr Wirtschaftswachstum, koste es, was es wolle, ewiges Wachstum. Es ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss es versuchen. Man muss es versuchen. Und die Produktivität ist das zweite Bein. Produktivität heißt, mit immer weniger Menschen in immer kürzerer Zeit immer mehr herstellen. Und wir sind eines der Länder mit der höchsten Produktivität überhaupt. Und jetzt stoßen die Menschen an ihre Grenzen. Die, die noch Arbeit haben, die sind so ausgepowert, dass sie krank werden. Die psychosomatischen Erkrankungen auf dem Vormarsch, Burnout, die neue Modekrankheit. Die anderen Menschen werden krank, weil sie gar keine Arbeit mehr haben. So tut der Kapitalismus was für alle. Kann man auch nicht meckern. Wir sind in dem großen Glauben groß geworden, wenn alle Menschen auf der Welt so fleißig wären, wie wir Deutschen, dann könnten die auch so leben, oder? Das ist doch die Religion hier immer gewesen. Wir haben ja alles erarbeitet, die Deutschen. Wir waren immer fleißig, als die Mauer aufging. Haben doch viele Westdeutsche gesagt, guckt euch das doch an, da im Osten. Die haben doch da nie gearbeitet. Wie das da aussieht. Die können doch gar nicht gearbeitet haben, so wie das da aussieht. Jetzt haben wir die mit durchfüttern, das sehe ich überhaupt nicht allen. Uns hat man doch auch nichts geschenkt nach dem Krieg. So ist doch hier geredet worden, oder? Wir haben doch hier auch alles mit unserer Hände Arbeit aufgearbeitet. Wir müssen doch hier nicht uns schämen für den Reichtum. Die Afrikaner liegen da auch noch vorne nach der Sonne rum. Die haben da so viel Bodenschätze. Wenn die Afrikaner mal auf so einen Quark kämen und ein bisschen arbeiten würden, die könnten ganz anders leben. Und jetzt haben wir Pech. Der Chinese ist nicht so faul. Der Inder auch nicht. Und es kommt knüppeldick. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Das ist doch nicht die Aufgabe des Rumänen. Der Rumäne hat als Diebesband im Wald rumzulaufen. Wir bauen die Handys. Der Rumäne klaut die Handys. Das war die Verabredung. Jetzt klauen die ganze Handyfabriken. Nokia ist von Bochum nach Rumänien gezogen. Und die Westdeutschen, die immer stolz waren auf die freie Marktwirtschaft und die Infrastrukturpolitik ihrer Landesregierung, die schimpfen plötzlich auf den Raub der Kapitalismus. Und plötzlich waren Nokia die großen Schweine. Deutsche Minister haben ihre Nokia-Händys in die Mülleimer geschmissen. Entschuldigen Sie bitte, was hat Nokia diesen Leuten getan? Was hat Nokia anders gemacht als vorher? Wie ist denn Nokia nach Bochum gekommen? Hat der Nokia-Vorstand getagt und hat gefragt, was ist denn die schönste Stadt auf der Welt? Wo müssen wir denn unbedingt mal ein Werk bauen? Nein, wir haben Nokia gezwungen nach Bochum zu kommen. Mit Bestechungsgeldern. 70 Millionen Euro Bestechungsgelder haben wir bezahlt. Auf deutsche Subventionen. Darum sind wir nach Bochum gekommen, sonst wären die nach Portugal gegangen, nach Schottland oder in eine andere strukturschwache Region in Europa. So waren die nach Bochum gekommen. Und letztes Jahr war das Geld aufgebraucht. Und jetzt hat Nokia gesagt, und, hieb jetzt noch was? Und da hat der Rüttger gesagt, nee, jetzt hieb jetzt nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Das war ja das blöde letztes Jahr. Da hatten wir erstens kein Wahljahr und zweitens Aufschwung. Da hatten wir ja gar kein Geld für sowas. Hätten wir da schon Krise gehabt, da hätte man vielleicht was machen können. Aber so hat Nokia gesagt, die Rumänen bieten 20 Millionen Euro, dann gehen wir da hin, das reicht ja für zwei Jahre. Und jetzt beginnen die ersten Westdeutschen zu begreifen, die Mauer war unser Freund. Wir haben von der Mauer profitiert. Die DDR ist im Schatten der Mauer wirtschaftlich kaputt gegangen. Und wir haben von der Mauer profitiert. Man hat uns die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa vom Hals gehalten. Und die billigen Importe haben die immer schön durchgelassen. Das ist doch perfekt. Eine Membran, wie sie sie nicht besser bauen können. Die Amis bauen doch gerade diesen Zaun. Haben Sie das mal gesehen? Die Amis bauen einen Zaun hin zu Mexiko, quer durch die ganze Wüste. Nicht wegen einer Schweinegrippe. Nein, nein, da bauen wir nicht schon lange dran. Das Ding ist auch im Grunde fertig. Stachel, Draht, Patrouille, die bauen Hunderte von Kilometern. Die wollen sich die billigen Arbeitskräfte aus Lateinamerika vom Hals halten. Da geben die Hunderte Millionen von Dollar für aus. Uns hat man die Mauer kostenfrei dahingestellt. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als der Betreiber der Mauer, also als die DDR in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, 1983, da hat Franz Josef Strauß die mit einem Kredit am Leben gehalten. Können Sie sich erinnern? Der Milliardenkredit für die DDR? Ja klar. Der Strauß hat gesagt, gut, es muss erhalten bleiben. Der war ja kein SED-Fan, das unterstelle ich Ihnen noch nicht. Aber der Strauß wusste, wie wichtig die Mauer für das Geschäftemachen im Westen war. Der Strauß war der Geschäftemacher. Das war der Prototyp des konservativen Geschäftemachers. Der ist doch nicht als Millionär gestorben, weil er Ministerpräsident von Bayern war. Nein! Der Strauß ist der Urvater der konservativen Geschäftemacher. Der hat Geschäfte gemacht mit Pinochet in Chile, ein Faschist. Der hat auch Geschäfte gemacht mit Honecker, das war halt ein Sozialist. Der hat Geschäfte gemacht mit Idi Amin und mit Pukassa und mit Gaddafi und mit Khomeini. Das ist einem Konservativen doch völlig egal. Der kennt doch keine Werte und keine Moral. Bitte! Von sowas lassen sich doch Konservativen nicht behindern. Fragen Sie Roland Koch oder den Oettinger oder Ole von Beust. Ole von Beust, der koaliert auch mal mit einem koksenden Rechtspopulisten. Wenn es drauf ankommt, der Konservative lässt sich nicht ablenken. Der will Geschäfte machen. Der geht doch sonders nicht in die Kirche, weil er an Gott glaubt oder weil er das Geplapper vom Meißner hören will. Der geht in die Kirche, weil er hofft, Geschäftsmachle zu treffen. Und aus demselben Grund ist er auch im Karnevalsverein, im Schützenverein und in der CDU. Es geht immer um das Kohlemachen. Und deshalb ist der Konservative erfolgreich, weil er sich fokussiert aufs Kohlemachen. Kohle, Kohle, Kohle. Und deshalb nennen wir die ja auch die Schwarzen. Und wenn die Linken das sehen, dann werden die rot vor Wut. Und die Liberalen werden gelb vor Neid.